Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir wollen uns heute einmal anschauen, wie ihr ganz konkret bei eurer nächsten Baufinanzierung zehntausende Euro sparen könnt. Ihr habt es sicher alle mitbekommen, die Zinsen sind zuletzt sehr stark gestiegen. Mittlerweile haben wir wieder ein Zinsniveau von 4 bis zu 5 Prozent. Und heute wollen wir im Video uns anschauen, wie wir das ganze Thema vielleicht etwas erträglicher gestalten können. Dabei wollen wir ETFs einsetzen und ihr werdet am Ende sehen, wie ihr tatsächlich mehrere tausend Euro bei eurer nächsten Baufinanzierung sparen könnt. Hi, mein Name ist Thorsten und wir bei The Investment unterstützen leitende Angestellte, Geschäftsführer und Unternehmer dabei, ihre Ziele langfristig zu erreichen und ein Vermögen über Generationen aufzubauen. Bei uns gibt es keinen generischen Content, sondern Realtalk. Das heißt Zahlen, Daten und Fakten rund um das Thema Finanz- und Vermögensaufbau. Lasst uns in dieses Thema starten mit der aktuellen Zinsentwicklung. Ihr werdet es sicher alle mitbekommen haben, gerade dann, wenn ihr gerade ein Eigenheim plant. Ja, die Zinsen sind in den letzten Jahren extrem gestiegen. Von einem Niveau von teilweise unter einem Prozent auf zuletzt 4, 4,5, teilweise 5 Prozent je nach Finanzierungsgestaltung. So, bevor wir jetzt aber in das Thema rein starten im Detail, lasst uns einmal anschauen, wie wir eigentlich die monatliche Belastung von solch einer Baufinanzierung im jeweiligen Fall berechnen müssen und welche Parameter wir zu berücksichtigen haben. Nehmen wir einmal das Beispiel von einem Haus oder einer Wohnung und ihr braucht, um diese zu erwerben, 500.000 Euro Darlehen. Wie setzt sich jetzt eure monatliche Rate an die Bank zusammen? Ihr müsst einerseits bedenken, wie hoch sind die Zinsen und andererseits die Tilgung, das heißt die Rückzahlung an die Bank, um den Kredit auch wirklich abzutilgen, abzubezahlen und das muss man sich einmal in Summe anschauen. Wir nehmen jetzt einmal hier 5 Prozent Zinsen und eineinhalb Prozent Tilgung an die Bank. Das heißt in Summe 6,5 Prozent Rate bzw. monatliche Annuität. Wie berechnet sich jetzt die Rückzahlung oder generell diese Annuität an die Bank? Naja, wir nehmen einmal den Darlehensbetrag, 500.000 Euro, mal die Annuität und dann durch 12, um monatlich den Betrag zu erhalten. In diesem Fall ergibt das 2.708 Euro als monatliche Rate an die Bank. Und genau an dieser Stelle kommen wir einmal zu einer Idee. Ich vermute oder ich hoffe, dass ihr alle schon etwas für eure Altersvorsorge macht. Wenn nicht, bitte startet erst mit diesem Thema, weil auch das Eigenheim, ich weiß, es ist ein emotionales Thema, ist nicht unbedingt eure Altersvorsorge. Deswegen, wir unterstellen jetzt einmal, dass ihr schon etwas fürs Alter macht. Und da ebenfalls, dass mittlerweile eben sehr, sehr viele Leute das über ETFs tun. Ja, das ist ein sehr, sehr schlauer und sehr, sehr kostengünstiger Weg tatsächlich an der Stelle. Wir wollen aber heute mal einen Punkt anschauen, wie wir das Ganze noch etwas besser machen können. Tatsächlich die Lösung zu diesem Thema, also wie wir es wirklich jetzt schaffen, 10.000 Euro an Zinsen zu sparen, ist das Thema, eine private ETF-Polizee für die private Altersvorsorge einzusetzen. Schauen wir uns einmal kurz an, was das konkret ist. Eine private ETF-Polizee ist sehr, sehr vergleichbar mit einem Depotsparplan. Sie ist extrem flexibel, das heißt, ihr könnt jederzeit an euer Geld ran, ihr könnt sie mit einem Ablauf zum Monatsende in der Regel kündigen, ja, und ihr könnt euch auch später im Rentenalter mal entscheiden, ob ihr das Geld wollt oder eben eine lebenslange Rente. Dazu ist es so, dass diese ETFs in dieser Polizee eben für die Altersvorsorge gedacht sind und entsprechend gewisse steuerliche Begünstigungen haben. Das bedeutet, dass zum Beispiel bei einem Rebalancing, also einem Vorwechsel oder sowas, ja, ihr keine Steuern und zusätzlichen Kosten erwarten müsst. Parallel ist es so, dass ihr, wenn ihr es dann bis zum Alter durchhaltet, ab 62 eine steuerliche Begünstigung ebenfalls wiederfahrt, in der Form, dass nur die Hälfte eurer Träge besteuern müsst. Was ist jetzt der Vorteil solch einer ETF-Polizee? Naja, der rechtliche Rahmen in dem Moment ist eine Versicherung und dieser rechtliche Rahmen ist beleihbar. Wir schauen uns auf den nächsten folgenden Folien und Berechnungen gleich einmal an, was diese Beleihbarkeit für einen Vorteil für euch ganz konkret hat. Bevor wir uns aber die Berechnung anschauen, einmal das Thema Beleihbarkeit, weil so eine Beleihbarkeit ist in den allerwenigsten Depots tatsächlich gegeben, sondern das geht eben wie gesagt nur in so einer ETF-Polizee mit dem rechtlichen Rahmen einer Versicherung. Schauen wir uns an der Stelle einmal konkret von einem großen bekannten deutschen Neobroker die Kundenvereinbarung an. Und man sieht hier schon ganz konkret, dass der Kunde, ja, und so steht es wortwörtlich drin, in dem Fall bei Trade Republic, ja, seine Ansprüche gegen Trade Republic aus der Geschäftsverbindung nicht an Dritte verpfänden oder anderweitig übertragen darf. So, aber zurück zu unserem Beispiel mit dem 500.000 Euro Haus bzw. der Wohnung, wo ihr circa 2.700 Euro monatliche Annuität habt. Schauen wir uns einmal an, was die entscheidenden Kriterien für den Zins für solch ein Darlehen am Ende des Tages sind. Die entscheidenden Kriterien sind am Ende des Tages häufig eure eigene Bonität, das individuelle Objekt, was finanziert werden soll, euer Eigenkapital, das ihr mit einbringt und zu guter Letzt eben weitere Sicherheiten, die das Geschäft für die Bank weniger risikoreich gestalten. In dem konkreten Beispiel, ja, haben wir jetzt einmal Finanzierungsanfragen gestellt für ein Objekt in meiner Postleitzahlregion Mannheim und wir unterstellen, dass der Kreditnehmer Mitte 30 ist, eine Police im Wert von 80.000 Euro besitzt, das heißt quasi ein Depotvolumen von 80.000 Euro in Form von ETFs hat und natürlich die Bank sicherstellen will, dass zum Renteneintritt, also in knapp über 30 Jahren die Restschuld bei Null liegt. Das heißt, dass bis dahin das Darlehen in Form oder in Höhe von 500.000 Euro auch wirklich abbezahlt wurde. Dabei ist es so, dass die Police mit einem Wert von knapp 60 Prozent beliehen wird. Das bedeutet bei 80.000 Euro ETF-Vorvermögen aktuell 50.000 Euro als zusätzliche Sicherheit für die Bank. Diese Sicherheit wird im Nachhinein nun den sogenannten Beleihungsauslauf, also eine Art Risikoposition bei der Bank, enorm verbessern. Entsprechend können wir einen Zinsvorteil erwarten, aber schauen wir uns es im konkreten Fall einmal an. Man sieht jetzt hier einmal die initialen Angebote von deutschen Banken eben für solch ein Objekt. Man sieht es, 500.000 Euro Darlehenssumme, zehn Jahre Zinsbindung. Das beste Angebot in dem Moment hat eine Volksbank mit einem Nominalzinssatz von 4,75 Prozent. Danach folgt die Degussa mit knapp fünf Prozent und dann hätten wir noch die Commerzbank mit einem deutlich höheren Zinssatz in dem Falle. Das sind die initialen Angebote. Das heißt, initial heißt hier ohne diese zusätzliche Sicherheit in Form der ETF-Polizee. So, und jetzt schauen wir uns noch einmal die Angebote für die Finanzierung an unter Voraussetzung, dass wir jetzt diese ETF-Polizee bei der Bank beleihen als Zusatzsicherheit. Auch hier ist die Liste der Banken einmal aufsteigend nach Zinshöhe strukturiert. Ihr seht, das günstigste Angebot ist nun die Degussa Bank, 500.000 Euro Darlehenssumme, zehn Jahre Zinsbindung mit einem nominalen Zinssatz von 4,41 Prozent anstatt der initialen 5 Prozent. In der folgenden Rechnung schauen wir uns an, was das wirklich als Vorteil für euch langfristig bedeutet. Um jetzt den Vorteil wirklich in Euro bemessen zu können, müssen wir uns eines Annuitätsrechners bedienen. Dafür empfehle ich euch wirklich die Seite zinsen-berechnen.de. Die haben super Vergleichsrechner und ihr könnt dort eigentlich alles irgendwo hochrechnen, was ihr so vorhabt im Bereich Finanz- und Vermögensaufbau. In dem Fall nehmen wir den Darlehensbetrag 500.000 Euro mit dem initialen Zinsangebot von knapp 5 Prozent und der Annuität von 2.700 Euro im Monat. Ihr seht, dass in dem Fall der Kredit knapp 30 Jahre läuft und ihr einen Gesamtaufwand von 960.000 Euro habt. Moment, warum 960.000 Euro? Wir haben ja nur einen Darlehensbetrag von 500.000 Euro. Naja, tatsächlich, ihr habt einen Zinsaufwand von knapp 460.000 Euro innerhalb dieser 30 Jahre. Und diesen Zinsaufwand muss man jetzt einmal gegenüberstellen, wie es aussieht mit der zusätzlichen Sicherheit in Form der ETF-Polize. Kommen wir auch hier einmal zu der Berechnung inklusive der ETF-Polize. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal den reduzierten Zinssatz der Bank und schauen uns an, was kommt hier dann raus am Ende des Tages. Wir nehmen die 4,41 Prozent, dieselbe Annuität, denselben Darlehensbetrag und siehe da, natürlich wird jetzt erstmal die Laufzeit des Vertrages etwas kürzer. Was sich aber auch deutlich reduziert, ist einerseits der Gesamtaufwand und natürlich die Zinsbelastung. Hier knapp 120.000 Euro weniger in den nächsten Jahren. An der Stelle lasst uns einmal den Vergleich ziehen. Links die Finanzierung ohne weitere Sicherheiten und rechts die Finanzierung mit der ETF-Polize Berlin bei der Bank. Wir haben jeweils eine Annuität von 2700 Euro monatlich unterstellt, den Zinssatz von knapp 5 Prozent und 4,41 Prozent und kommen so entsprechend zu der Darlehens- bzw. Kreditlaufzeit. Was bedeutet das absolut in Zinsen? Naja, wir haben ohne die ETF-Polize 461.000 Euro Zinsaufwand mit der zusätzlichen Beleihung und damit mit der verbesserten Risikoposition der Bank nur einen Zinsaufwand von knapp 340.000 Euro, was unterm Strich eben eine Ersparnis von knapp 120.000 Euro in Zinsen bedeutet. Plus, was man an dieser Stelle nicht vergessen darf, viele, viele Leute würden jetzt ihre Altersvorsorge oder ihre ETFs im Depot auflösen, um überhaupt den Kredit bei der Bank zu bekommen und sich die niedrigen Zinsen zu sichern. Aber das wollen wir ja genau nicht. Wir wollen weiterhin für die Altersvorsorge investiert bleiben. Das heißt, in dem Moment, wir stellen das als zusätzliche Sicherheit bereit, ja, aber wir veräußern jetzt nicht unser Depot und unsere ETFs. Das heißt, wir werden auch auf die 80.000 Euro, die wir da zusätzlich beleihen, weiterhin Renditegewinne, Zinseszinseffekte über die nächsten Jahre haben. Und an der Stelle einfach mal der Hinweis, euer Geld im Depot, eure ETFs, auch wenn das super kostengünstig ist und sicher auch immer schön händelbar und leicht zu überblicken ist und euch jeder Finfluencer und so auf YouTube rät, macht doch bitte ETFs im Depot. Geld im Depot ist wirklich ganz, ganz häufig einfach totes Geld. Ihr könnt damit nichts mehr machen. Umgekehrt, in der ETF-Polize, ihr könnt diesen rechtlichen Rahmen beleihen und ihr habt es jetzt in dem Beispiel gesehen, das macht knapp 120.000 Euro Unterschied aus, nur im Zinsaufwand. Und wir sparen uns jetzt einmal den Vergleich, wie viel Zinseszins wir auf diese 80.000 Euro die nächsten Jahre wirtschaften, dadurch, dass wir weiter investiert bleiben. Dann gehen wir eher in die Richtung von 2, 3, 400.000 Euro, ganz je nachdem, wie die ETFs in dieser Zeit performen. Kommen wir jetzt einmal zu einer kurzen Zusammenfassung. Also immer bitte bedenken, wenn ihr langfristig Vermögen aufbauen wollt, denkt langfristig und versucht eure Vermögenswerte bestmöglich zu nutzen. Prüft also für euch, ob eine ETF-Polize an dieser Stelle sinnvoll ist und gegebenenfalls überprüft, ob der Traum vom Eigenheim tatsächlich jetzt schon für euch realisierbar ist oder ihr den vielleicht später angehen solltet. Unterm Strich schaut einfach, dass ihr immer nicht nur Kosten optimiert, sondern vor allem Steuer und Rendite optimiert investiert seid. Ja, und ihr kennt das von meinen Videos. Am Ende kommt immer der kleine Geheimtipp. Schaut einfach, dass ihr in eurer Karriere, in eurem Beruf, in dem, was euch Spaß macht, eurer Person, Passion, eurem, sag mal, Hobby, ja, eurem Unternehmen, eurem Business einfach gut performt. Damit werdet ihr den größten Vermögenszuwachs, die größte Rendite überhaupt erzielen. In dem Moment, wo ihr euch auf euer größtes Asset euch und eure Arbeitskraft fokussiert. Rund ums Thema Finanz- und Vermögensaufbau sind wir da.